Was haben Vogelschwärme mit Physik zu tun? Wie bestimmt die Quantenmechanik unseren Alltag? Welche Naturgesetze bestimmen unsere Wirklichkeit? Wir untersuchen grundlegende Zusammenhänge und richten den Blick in die Tiefen des Universums. Wir machen Unsichtbares sichtbar und entwickeln Techniken für unsere Zukunft. Die Physik in Bielefeld bietet Ihnen engen Austausch mit Lehrenden und Mitstudierenden. Teamwork und internationaler Austausch gehören zum Alltag. Die grundlagenorientierte Ausbildung qualifiziert Sie für kreative Aufgaben, bei denen neue Lösungen und Wege gefunden werden müssen und eröffnet Ihnen eine Vielzahl von Berufsfeldern. Wir sind PhysikerInnen. Spannende Forschung ist unser Alltag. Machen Sie mit im Team. Physik. Wissenschaft von Menschen für Menschen.